Merkel und Merz, das ist eine Konfliktbeziehung, wie sie selbst für Politiker ungewöhnlich ist. 24 Jahre Konkurrenz. 24 Jahre Abneigung und eine Versöhnung nicht in Sicht. Ihr kann das egal sein, ihm kann das noch sehr wehtun. Man kann es kaum glauben, aber es gab mal eine Zeit, als Angela Merkel und Friedrich Merz gemeinsame Sache machten. Die meisten werden es nicht wissen. Und von den wenigen, die an diesem Abend dabei waren, werden sich manche nur noch mit Grausen daran erinnern. Es war eine Nacht in schwerster Zeit, jedenfalls für die Christdemokraten. Und es war in dieser kalten Februarnacht 2000 eine Not, die auch unterschiedlichste Menschen für einen Moment zusammenschweißte. Wenige Stunden zuvor hatte sich entschieden, dass die CDU über den Spendenskandal nicht nur ihren Altkanzler Helmut Kohl als Ehrenmitglied verloren hatte, sondern auch ihren aktuellen Partei- und Fraktionschef. Wolfgang Schäuble war unter dem Druck vieler Ungereimtheiten rund um eine 100.000-Mark-Spende des Waffenhändlers Karl-Heinz Schreiber zurückgetreten. Die CDU stand ohne Führung da. In diesem Moment, in einem Raum in der thüringischen Landesvertretung in Berlin, ergriff Michael Gloss das Wort. Der Franke war zu dieser Zeit CSU-Landesgruppenchef und an diesem Abend der ranghöchste Unionspolitiker am Tisch. Einige Zeit, so berichten es Teilnehmer, wurde hin und her gewogen, auch hin und her gestritten. Dann kam Gloss und fasste aus seiner Sicht das Gespräch in zwei kurzen Sätzen zusammen. Du, Angela, übernimmst die Partei. Und du, Friedrich, übernimmst die Fraktion. Ob sie wollten oder nicht. Ab da war klar. Fürs Erste gibt es eine Doppelspitze. Sie hielt ziemlich genau zwei Jahre und sieben Monate. Danach gab es kein Miteinander mehr, sondern fast 20 Jahre nur noch Ärger und Abneigung. Gifteleien und Neid, bei ihm offen und deutlich, bei ihr still und leise, aber genauso zornig. Die Gretchenfrage für Friedrich Merz So gesehen kann es nicht verwundern, dass sich daran auch zu Jahresbeginn 2024 nichts geändert hat. Sieht man einmal davon ab, dass sie nun raus ist und er Partei und Fraktion führt. War er früher unberechenbar, so ist sie es heute. Musste sie früher mit der Kritik von der Seitenlinie leben, so kämpft er heute mit unvorhersehbaren Botschaften von außen. Und wie das so ist in der Politik? Der amtierende Politiker hat damit größere Probleme als die Betrachterin, die sich das von außen ansieht.